Musik Nun, der saubere Politik, wie sollte es noch gehen? Ich meine, Österreich ist jetzt im Verhältnis zu vielen anderen Staaten auf der Welt nicht der schlechteste, das muss man natürlich sehen, aber wir wollen schon mit den zivilisierten und früher, hätte man gesagt, westlichen Demokratien vergleichen und innerhalb dieser sind wir von einem eh immer nur mittleren Platz ins Schlussfeld zurückgefallen. Das ist einfach so, innerhalb von wenigen Jahren, das zeigen alle Kennzahlen, die es halt dazu gibt, diverse Rankings, das sind oft natürlich nur in sozusagen Einschätzungen, das hat immer was Subjektives, da gibt es ja einen objektiven Indikator kaum, aber Transparence International ist hier wohl zu nennen. Ihr habt es auch in der Einladung mit drinnen und da geht es jetzt ganz schön rapide bergab, da sind wir vor gar nicht allzu langer Zeit noch auf den Plätzen 9 bis 11 irgendwo herum gewesen, mittlerweile bei 16 und der Trend dürfte weiter nach unten gehen. Und vor dem Hintergrund dieses Befundes sollte man aber den Kopf nicht hängen lassen, weil wie gesagt, saubere Politik für Österreich, wie geht das? Es ist auch schon einiges gelungen, das wollte ich nicht ganz weglassen, dann in meinem Beitrag. Es ist zum Beispiel gelungen, ein Parteientransparenzgesetz, also es heißt eigentlich nur Parteiengesetz zu schaffen, das mittlerweile europaweit vorbildlich ist, zumindest auf gesetzlicher Basis. Praxis werden wir natürlich noch sehen, das läuft ja gerade an, die Umsetzung. Da waren wir auf logistischer und zum Teil auch auf praktischer Ebene Schlusslicht in Europa. Es ist ganz normal gewesen, dass in dem Land die Banken im völlig Finsteren den Parteien sehr, sehr große Beträge zuschieben, obwohl wir die beinahe höchste Parteienförderung der Welt haben. Gegen die wir jetzt nicht unbedingt wettern, aber das hat man ja dazu, dass man sonst möglichst wenig käuflich wird. Die Schlimmste war aber immer die Nichttransparenz, die wir ja noch in vielen Bereichen uns erkämpfen müssen im Übrigen. Aber wenn schon Großkonzerne, Banken, große Versicherungen sich Parteien halten oder denen Geld zuschieben, dann soll man es wenigstens wissen. Wenigstens das muss sein. Das gehört zu den Mindeststandards. Da ist einiges gelungen, was die Praxistauglichkeit betrifft, könnte man ja in der Diskussion darüber reden, aber so zum Aufwärmen wollte ich nur einmal einstreuen, dass nicht alles umsonst ist. Der Kampf hat sich gelohnt. Viele Jahre, viele Jahre, schon meine Vorgänger als Vorsitzender des Rechnungsverfasschusses haben darum gekämpft. Das waren meine ersten Projekte in den frühen 2000er Jahren schon. Und erst wenn diese historischen Fenster aufgehen, kommt dann die bessere Chance der Durchsetzung. Das war wirklich ein langer Kampf und das, was jetzt vorliegt, kann sich durchaus sehen lassen. Also es lohnt sich auch, es lohnt sich auch was zu tun. Daher kommt auch die Initiative für dieses Volksbegehren. Hier sind noch fünf wesentliche Punkte offen, im Detail sind es vielleicht noch mehr. Aber wir haben versucht, fünf Punkte hier herauszudestillieren. Die selber muss man jetzt nicht ewig lang diskutieren, weil das erläutert sich von selbst. Und insofern wäre ich jetzt dem Auftrag folgen und aus der politischen Praxis da ein paar Einblicke bieten. Die sind natürlich jetzt auf die Vergangenheit gerichtet, was wir daraus für die Zukunft lernen können und wie sich diese Auseinandersetzung denn nun abspielt. Wir haben natürlich uns das nicht jetzt nur leicht gemacht in der öffentlichen Auseinandersetzung und uns nur immer dort hineingedigert, was im Übrigen auch nicht leicht ist. Und das sind im Wesentlichen nur die Grünen und einige wenige in dem Land, muss man sagen, traurigerweise wenige Aufdeckungsjournalistinnen und Journalisten, die hier der Aufklärung nachgehen. Aber allen voran steht natürlich das Prinzip und das Motto, alles aufklären. Was wir aber auch erreichen wollen, ist, um auch die Köpfe nicht zu tief zu hängen zu bekommen, dann auch bei der Bevölkerung, dass man möglichst viel auch zurückholen will von verschwendeten Geldern. Ja, das ist möglich. Also alles aufklären, alles zurückzahlen. Was man halt erwischt, heißt möglichst viel zurückbekommen für die Bevölkerung, für die Steuerzahlerinnen, wie ja immer man das bezeichnen will. Und alles neu starten, dort wo es das braucht. Jetzt aber zu den Geschichten, zu den quasi historischen Aufarbeitungen und wer tatsächlich den Eurofighter-Ausschuss einmal heranziehen, im Sinn des Alles aufklären, das ist noch nicht vorbei. Im Ausblick werden wir dann hören, dass eigentlich eine neue Runde Eurofighter-Untersuchungen noch aussteht. Dort, wo es jetzt um das ganz große Schmiergeldkarussell geht, nämlich um die sogenannten Gegengeschäfte, die natürlich als solche nie existiert haben. Das war uns damals immer schon klar. Und da haben wir uns unsere ersten Sporen verdient, auch als Aufdecker, dass das alles ein Schmäh und ein Schwindel ist. Und die Hypothese, damals nur Hypothese, mittlerweile ja schon ganz klar ein Beweis, wenn das überhaupt für was gut ist, sind das nicht Geschäfte, die deshalb zustande kommen, irgendwo in Österreich, positiver Ort, weil irgendwer irgendwo Abfangjäger gekauft hat, sondern weil das ein besonders modernes System des Einschleusens von Geld ist, über Firmenkonstruktionen und genau nichts anderes als eben ein Schmiergeldkarussell. Da werden wir noch einiges zu tun haben. Damals und bis jetzt, was allerdings sehr wohl verbrieft ist, durch diese Eurofighter-Untersuchungen sind ja, und das hat der damalige Ausschuss sehr schön herausgebracht, sind Manipulationen, um nicht zu sagen, Schiebungen der allerersten Güte, was die Typenentscheidung betrifft. Dazu muss man wissen, dass ja die ganze Militärgeneration, die alte, die war ja eher blau-rote, bis dann durch die Schüsselregierung eher der Schwarze sich dazu begeben haben, die waren alle auf die Schweden gestellt. Jetzt war die Ausschreibung auf die Schweden hingedrillt, das war das Konkurrenzprodukt Krippen. Das ist auch kein schöner Vorgang. Eigentlich, das war schon kritisierenswert. Das haben wir eigentlich auch ziemlich auf der Aufdeckkante ganz vorne gehabt. Nur, wenn die Republik schon hergeht und zuerst einmal den Schritt setzt, okay, machen wir es wieder mit unseren alten schwedischen Generälen. Unsere Freunde, unsere sind ja auch immer nach Schweden gefahren. Das ist ja dann schon wieder bald für den Villacher Fasching tauglich, wie die dort in den schwedischen gleichnamigen Saunen abgestiegen sind. Wer dort alle sonst noch anzutreffen war, ist jetzt nicht das Thema, weil das bin ich nicht so in der Politik, aber es ist eben so und es war so. Und so war auch die Ausschreibung. Also eine Sauna-Ausschreibung. Nur, die Sache hat sich dann gedreht aufgrund eines Regierungswechsels, weil nämlich der Schüssel das Projekt verfolgt hat, das darf man ja politisch, denke ich mir immer, er wollte sich andocken an die NATO in Wahrheit. Also damals alles genau konträr, wie jetzt diese seltsame Volksbefragungsagitation wechselseitig gelaufen ist. Der hat auf diese andere Sache gesetzt. Und es ist alles dann dort hingedreht worden. Nur, blöderweise war die Ausschreibung da. Herzart worden ist die Geschichte da. Es hätten es irgendwelche Gebrauchten auch da. Und wenn man schon meint, man braucht sowas, diese Debatte kann ja der eine oder andere vielleicht noch hier abrufen. Das ist jetzt nicht wegen der Korruption so sehr interessant. Sondern was schon gelaufen ist, ist, dass tatsächlich EADS über die Eurofighter Jagdflugzeug GSMBH hier Geld eingeschleust hat. Und das ist so. Ich habe im Übrigen eine von fünf Klagen seitens des Grasser, die ich da zu gewertigen hatte, hat sich genau darauf bezogen, weil ich ihn da mit hineingedunkt habe. Aber das war vor allem der Rumpold, den ich gemeint habe und seine Firmen. Der hat ein kleines Firmengeflecht gehabt. Also relativ bescheiden gegenüber dem Hochecker, aber doch. Und hat über den Lobbyisten dort, das war der, der sich dann ablichten hat lassen in der Zeitung, weil er die Nerven weggeschmissen hat und den nackerten Hintern da rausgehalten hat, in die Kamera. Also völlig absurde Vorgänge im Prinzip. Der hat aber es immerhin noch zustande gebracht, sieben Millionen, eigentlich hat das 100 Millionen Euro knappe den 100 Millionen entsprochen, die damals ausgeschnupst wurden. Wir waren schon lange auf der Birsch, haben aber immer das Missing Link nicht gehabt, wie es einem halt so beim Aufdecken geht. Das ist auch nicht so leicht immer. Aber wir haben etliche Informationen gehabt und haben das auch immer wieder behauptet. Und der Untersuchungsausschuss hat eigentlich dann meine, meine, sozusagen meine politische Haut gerettet, weil wir nämlich aufgedeckt haben durch die Beschlagnahmung oder das Herausrücken und herausfordern der Konten bei der Finanz, die diese Rumpold-Firmen da gehabt haben. Der hat ja Steuerprüfung gehabt, das haben wir gewusst. Und der Untersuchungsausschuss hat dann die Akten eingefordert, das haben wir dort mit Mehrheit durchgesetzt. Das war zu der Zeit halt gerade möglich. Und aus diesen Steuerakten ist auch hervorgegangen, dass die sieben Millionen eingegangen sind in diese mehr oder weniger, sagen wir es vulgärerweise, Werbefirmen, das Rumpold. Und dem gegenüber überhaupt keine Aufwandsverwendungen gestanden haben, die mit dem Verwendungszweck zu tun hätten haben können, der ja offiziell Eurofighter-Kampagne war. Es hat zwar ein paar, also was war die Geschichte? Es hat ein paar echte Leistungen gegeben, die sind aber skurril, wir hören es gleich. Es hat vor allem Scheinrechnungen gegeben und es hat vor allem ein Riesenloch gegeben. Das meiste war nicht nachgewiesen. Zwei Drittel davon hat man sich gar nicht die Mühe gemacht, nachzuweisen, also nicht einmal Scheinrechnungen zu machen. Bleiben wir beim Top 1. Es hat eben ein paar Leistungen gegeben, das waren aber Inserate. Inserate in Tageszeitungen, sonntäglicher Ort, einfach um sozusagen die Medienlandschaft milde zu stimmen. Jetzt frage ich mich nur, der Kranenseitungsleser oder ich als Steirer, die Leserin der kleinen Zeitung, Sonntagsausgabe, die gehen auch immer in die Kirchen, dann geht man um mit so einem Kirchenwirt, dabei das Schnitzel anbraten wird und da kommt dann so ein Eurofighter ins Errat gerade recht. Weil man denkt am Sonntagvormittag, eigentlich könnte man uns jetzt für das nächstjährige Familienbudget ein bisschen so ein Eurofighter leisten. Absurd. Eine Kampagne für Eurofighter in der Kranenseitung, Wofür? Für wen? Aber das war das Beste von allem, weil das hat nämlich wirklich eine Gegenleistung gehabt, das haben sie zahlt, in Wahrheit haben sie die Zeitungen milde gestimmt, das kennt man ja, sowas wird ja mittlerweile mit offiziellen Geld gemacht, aber dem können wir uns jetzt nicht widmen und auch nicht dem Ferngebliebenen, der das zu verantworten hat, auch wenn er gerade den Pyjama des Kanzlers anhat. Also das war Teil 1. Teil 2, Scheinrechnungen. Pressekonferenzen. Das hat eben das, alles dieser Eurofighter-Untersuchungsausschuss aufgedeckt, um sozusagen auch wieder ein bisschen das Parlament zu loben und die Opposition dort, was die dann zusammenbringt. Scheinrechnungen, Pressekonferenzen, das Rumpold mit irgendwem, der auf irgendwem ausgerichtet hat, um 100.000 in Schilling, sondern Euro. Pressekonferenzen um 100.000 Euro. Ich meine, das musst du dir einmal vorstellen, wie viele Brötchen da nebeneinander liegen. Und immerhin, immerhin, das war wenigstens eine Scheinrechnung. Man hat sich bemüht, nicht? Es hat es etliche solche gegeben. Aber berühmt ist die geworden und die eignet sich natürlich auch immer noch in Vorträgen, Jahre danach. Aber das Arge war, das meiste war einfach nur da. Das wäre eigentlich buchhalterisch ein Gewinn gewesen. Sieben Millionen einer und ein bisschen was aus sie. Und dann haben die selber behauptet, das ist ihr branchenüblicher Gewinn, weil sie so eine super Leistung gebracht haben. Wofür ist ja nicht ganz klar. Ich jedenfalls habe behauptet, im Vorfeld schon, wie gesagt, ein bisschen riskant, die haben die sieben Millionen und vor allem zwei Drittel davon, weil auch das hat man immer schon gehört, das war interessant, das hat dann genau gestimmt, ins politische System eingeschleust zur Landschaftspflege. Da weiß an sich ja jeder, was das heißt. Ich habe nicht gesagt, schwarz, blau oder orange oder wie das immer war, sondern einmal nur so weit. Und das in einer Fernsehdiskussion da im Zentrum. Mehr haben wir noch gebraucht. Ich habe auch alle Instanzen verloren, bis auf den obersten Gerichtshof, weil erst mit dem Untersuchungsausschuss das wirklich beweisbar war dann. Das war eine knappe Sache. Und insofern darf man das aber jetzt im Übrigen, man darf behaupten, jedenfalls aber eigentlich alle anderen auch, dass das Geld in Wahrheit, in Wahrheit aber noch immer an Unbekannte zur Schmirage, zur Weiterleitung im schmierenden Sinn gedacht war und nichts anderes, von nichts anderes ist auszugehen. Wir wissen noch immer nicht genau, wer das gekriegt hat. Nur mittlerweile, mittlerweile und insofern, ich merke schon, das mit den 20 Minuten funktioniert ja nicht schon gleich gar nicht, noch nicht einmal mit den 30. Mittlerweile geht es ja schon um 120 Millionen bis 200 Millionen Euro, das ist in der Pütz, den man da lobend erwähnen muss auch, den habe ich vorher ausgelassen, der Peter Pilz und ich dahinter, wie das jetzt mit diesen Gegengeschäften war. Und da hat, wie es halt öfter ist, einer von unserer damaligen Zeugenliste, der ja geschwänzt hat auch, mittlerweile ist der aber in Italien verknackt und hat dort zum Singen angefangen und hat so ein bisschen Einblick ins System gegeben und mit denen, mit der italienischen Justiz war man da eng in Kontakt und es deutet also ziemlich viel darauf hin, dass auf dem Weg der Gegengeschäfte sehr viel verteilt worden ist. Da wird so viel Geld hin und her geschoben und behaupteterweise und dies und jenes, dass das ganz gut geht. Also das ist interessant. Dort, wo echte Geldflüsse waren, aus dem Titel der Gegengeschäfte, hat es genau nichts gegeben, nämlich an wahrnehmbaren Dingen, da sind zum Beispiel 20 Millionen Bonds im Eichfeld in der Steiermark, angeblich für irgendwas verwendet worden, ist nichts da, das ist immer Riesenspaß dort umeinander zu fahren mit den Bürgermeistern und so, denen ja das alles, wo sind die, was habt ihr da? Ist aber so gelistet. Das ist so ganz ein Wirtschaftsministerium anerkannt. Keiner weiß, wo das Geld hin ist. Vermutlich zur ÖVP in der Steiermark oder über die ÖVP, ich muss da vermutlich sagen, wenn wir das schon zur Wiedergabe hier vorbereiten, aber so muss man sich das vorstellen. Und ja, da kommt schon was zusammen. Da kommt schon was zusammen. Da haben wir also noch zu tun. Also Eurofighter ist in dem Sinne noch nicht geschlossen. Ist damals Stichwort Untersuchungsausschüsse, weil darum geht es ja genau bei dem Volksbegehren, das Anlass unseres Gesprächs aus da ist, dass Untersuchungsausschüsse allein schon aus dem Grund nicht ohne weiteres abgedreht werden können, weil sie eben ein Minderheitenrecht sind. Minderheitenrecht, also Minderheitsrecht heißt ja nicht nur, die Einsetzung, sondern auch die begleiteten Instrumente, so wie in Deutschland. Man müsste also auch einen Teil der Zeugenliste selber bestimmen können, Aktenherausgaben verlangen. Jetzt nicht unendlich viel, weil dann könnte eine Opposition immer eine Regierung praktisch in ein Land lahmlegen. Das muss man beschränken. Eine gescheite Opposition wird sich dann aussuchen, wie sie einen Ausschuss selber einsetzt und wie sie die Mittel dort drinnen gezielt verwendet. Und das mit Mehrheitsbeschluss, nämlich immer dann, wenn es interessant wird, womöglich das abgedreht wird, was wir ein paar Mal erlebt haben, das wäre dann natürlich Geschichte. Und deshalb ist das ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das fehlt noch im ganz großen Transparenzpaket. Der zweite Ausschuss damals, weil das Stichwort Hyperalp A3 gefallen ist, da bei einer Einladung, der Bankenuntersuchungsausschuss, der gleichzeitig war, in dem ich ja mehr gearbeitet habe, als im Eurofighter Untersuchungsausschuss, war in Wahrheit noch spektakulärer. Vieles von dem, und auch 2007 abgedreht, vieles von dem, was dort sich schon abgezeichnet hat, hat auch dazu geführt, dass die Verluste, das, was später unter diesen Bankenskandalen aufgetaucht ist, das war nicht nur die Wirtschaftskrise, Wirtschaftskrise und vor allem Finanzkrise, sondern eben auch Misswirtschaft. Politischer Art, Management Art und in üblichen Vernetzungssystemen, auch mit Mafios, muss man sagen, im Fall der Hyperalp A3. Vieles von dem war erkennbar und hätte man früher durchgegriffen, hätten wir uns natürlich früher spart. Erstens das, dass die Geschichte einfach antraut wird und nicht weitergeht. Die Sachen sind ja dann verlängert worden. Damals ist gerade an die Bayern LB verkauft worden, gleichzeitig mehr oder weniger, was auch besonders skurril ist. Also die brauchen nicht sagen, dass sie nichts gewusst haben. Die hätten nur bei uns mitlesen müssen. Und das andere ist natürlich, dass die Verduschungskosten solcher Aktionen auch erstens schon mal was kosten, weil man es machen muss, aber vor allem Geld auch noch einmal versteckt und verdraht werden in einem System, was dann noch mehr kostet, als der Schaden, bis du den eh schon warst. Das ist ein bisschen so ähnlich wie die Spekulation bei der Hypo Niederösterreich und bei den niederösterreichischen Wohnbaugeldern, die tatsächlich, obwohl die das natürlich anders darstellen, der Brödel abwärts, die tatsächlich im großen Stil verspekuliert worden sind. Da kostet das Verduschen schon so viel wie der Spekulationsverlust selber mittlerweile. Aber auch da gibt es eine frohe Botschaft. Das ist ja nicht nur irgendwas von der Landesregierung dort. Die haben sich der Landeseigenen Hypo bedient. Die ist dort genötigt und vergewaltigt worden, mit dem Land bestimmte Gesellschaften zu machen, die jetzt alle nacheinander auffliegen, auch dank unserer Arbeit. Und da sind die niederösterreichischen Grünen wirklich ganz gut unterwegs und Nachbarschaft loben. Und dort ist es jetzt eben so, das wird weit über die Wahl hinausgehen. Leider ist da vorher nicht alles am Tisch, wie es ausschaut. Heute haben wir erst bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft wieder eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht, die Madeleine Petrovic und ich. Aber dort sieht man auch ganz genau, dass das Verduschen selber schon so viel kostet wie der Ursprung schaden. Und da geht es aber auch jeweils um zig Millionen, die man hätte sonst noch retten können. Nicht genauso bei dem Bankenausschuss damals. Die Bawag war ja im Vordergrund. Die haben ja geglaubt, sie könnten im Wahlkampf die SPÖ mit dem Bawag-Skandal erwischen. Vor allem die Schwarzen haben aus dem Grund heraus einen überheblichen Wahlkampf geführt. Es kam dann alles anders. Nur wir haben den Spießamtrag gesagt, okay, machen wir den Untersuchungsausschuss. Weil es war ja nicht klar, welche Koalition es kommt. Sonst hätte es ja niemals einen Banken- und einen Eurofighter-Ausschuss gleichzeitig gegeben. Aber die Roten waren eh noch voller Datendrang und vielleicht an seinen oder anderen Gelüsts. Und die FPÖ ja eh. Und dann haben wir nämlich Rot, Blau, Grün gehabt. Nur wir haben das immer vorangetrieben. Das muss man da wirklich dazu sagen. Nicht nur, dass wir nicht immer, das ist eh selbstverständlich, aber bei vielen Leuten kommt das ganz gut an, dass bei den vielen aufgedeckten Skandalen die Grünen eben nirgends eigentlich drinnen sind. Und auf der anderen Seite, das wollte ich jetzt ja sagen, wir immer die Treiber sind. Erstens taktisch, strategisch, aber auch vom Sachlichen her, was wir zusammentragen. Und vielleicht noch mit ein paar Journalistinnen und Journalisten, wie gesagt. Und damals eben auch. Das war ein historisches Fenster. Ende 2006, für 2007 vorbereitet der Eurofighter-Ausschuss von Langerhand. Ein Jahr lang haben wir vorher schon die Zeugenlisten gehabt, der Bütz und die. Den Bankenausschuss, um den es jetzt hier geht, haben wir über Nacht ausgeschnapst. Es war dann ein bisschen flatterhafter natürlich in der Konstruktion. Aber die Themen, die drin waren, waren super heiß. Und die Banken selber, der es den Wald nicht untersuchen, weil das ist ja kein Gegenstand der öffentlichen Verwaltung. Allerdings natürlich den Umgang damit. Du hast ja eine Finanzmarktaufsicht, die relativ neu gegründet war, was eh schon ein Budget genug war, was sich nur die Blau-Schwarzen eingesetzt haben, die noch zugeschaut haben, entsprechend. Die Notenbank, die das früher immer gemacht hat, mehr schlechter als recht, ein bisschen am falschen Fuß war, weil sie jetzt so eine schwarz-blaue Konkurrenz gekriegt haben, die ja eher traditionell rot war, sind alles Austriaker. Aber so kann man auch Schäden kreieren, indem man einfach unsere Proporzwelt um eine dritte Partei erweitert. Und immer, wenn die Blauen dazukommen, bist du sicher, dass du zu jedem Amtsträger mindestens zwei Korruptionsstaatsanwälte noch dazu verbrauchst. Aber immer dann hinterher halt. Und trotzdem waren sie da dabei, nämlich dabei auch in dem Sinn, dass sie die Untersuchungen mit ermöglicht haben, weil zuerst alle glaubten, es geht um die Bawag. Nur haben wir den Untersuchungsgegenstand so lange den Antrag eingeschrieben, dass wirklich alle erwischt waren. Raiffeisen hat getobt. Zuerst der Chef selber, der Konrad, der jetzt ja gerade nicht mehr ist, ich glaube, das ist ein Scherz oder was, hat in News und in anderen Zeitungen ausrichten lassen, dass er das Parlament nicht nur haftbar machen will für den Beschluss, irgendwie so, sondern er wollte klagen, er wollte das Parlament klagen. Nein, weil das ja, weil Raiffeisen haben auch in der Ziehung gehabt, wenn Geldwäsche, die im Übrigen dort über die hunderte Millionen gegangen ist, allerdings im Osten und dort sind die Breichwald so, muss man dazu halt, ist Ukraine und die Gasgeschäfte und was der Teufel, alles für die Diskussion dann, das wollten die unbedingt wegkommen. Wir haben gesagt, bitte schön, irgendwann wird man das auch anschauen, wir sind ja kennt, wenn man die Bawag dreschen, wo am Schluss nämlich, zwar das Gewerkschaftsgeld weg war, aber kein einziger öffentlicher Schilling, muss man mal sagen, bis heute kein einziger öffentlicher Schilling. Die Republik hat an der Bawag sogar verdient, weil wir alle Haftungen übernommen haben und die bravtes Haftungsengeld gezahlt haben, aber alle anderen, schaut an das jetzige Bankenpaket, ich bin ja der Meinung, die Dinge hängen ja alle irgendwie zusammen, dieses seltsamen Zustand und im Übrigen auch, dass bei uns Raiffeisenvertreter das Kabinett der Finanzministerin und vorher des Vorgängers mehr oder weniger bestücken, genauso schauen die Bankenpakete in der Umsetzung dann aus. Und da haben sie sich auch schon unendlich aufgeregt und dann haben sie dem Konrad gesagt, du, das geht nicht, man kann das Parlament nicht klagen, da muss halt der einzelne Abgeordnete geklagt werden, der den Antrag stellt, also er wollte, in Ernst, in Ernst, das war eine echte Show über die Apportant, da haben wir jede Stunde hin und her, jeder hat da seine Interviews gegeben und Aussendungen gemacht, deshalb erinnere ich mich da so gut, dass das wirklich dort gelandet wäre, dass in der Verlängerung seines Gedankens die Antragsteller im Parlament hätten eingesperrt werden müssen, weil das ja so eine Art Rufschädigung schon erahnen lässt. Also so war die Geburtsstunde des Bankenuntersuchungsausschusses, lassen wir da mal Reifeisen weg, ich sage mal, Geldwäsche in ganz großem Stil. Lassen wir die Bawag weg, da wäre der Herr Schlaff zwar sehr interessant mit den Telekom-Ausgeschäften, auch für die Diskussion vielleicht, aber eines, weil das war die Aufgabenstellung von Hyperabatria, die hatten wir auch schon dort, da hat die Noten, die FMA, die sind jetzt viel besser, aber damals elendiglich versagt. Die haben gar nichts gehabt. Über die Notenbank haben wir Akten gekriegt, im Übrigen, das war die Geburtsstunde der Schwärzung der Akten, auch dieses Thema ist vielleicht dem einen oder anderen Beobachter noch in Erinnerung. Da sind ein paar heiße Sachen zum Sehen gewesen und die nächsten Akten, die wir zu Hyperabatria verlangt haben, waren dann schon halb nicht lesbar und dann haben wir welche gekriegt, dann haben wir welche gekriegt, wo jede Zeile, also einzelne Seiten, durchgehend schwarz durchgestrichen waren. Hätten sie uns klein weißen Zettel schicken können an der Stelle und nur mehr ganz weniges zu lesen war. Also das ist fast nichts übergeblieben, ist kein Schmäh. Und diesen Krieg hatten wir damals noch nicht sofort gewonnen gegen den damaligen Finanzminister Moldauer dann und Vizekanzler, weil die das Hausinteren so ausgelegt haben. Auch eine Schwäche in den Checks and Balances, dass die zu untersuchende Stelle selber mitentscheiden kann, was sie an Beweismitteln herausrückt und was nicht. Also da gehört das Parlament drüber gestellt und wenn es einen Streit gibt, wenn es einen Streit gibt, dann brauchen wir eine Außerinstanz. Das ist auch die Haltung jetzt der meisten Parteien, deshalb hat das mit dem U-Ausschuss das Minderheitenrede so lange gedauert, weil die Roten sich da immer dagegen gestellt und haben gesagt, nein, eine Schiedsinstanz außerhalb vom Parlament, wie schlecht. In Wahrheit wollten sie es nur auch noch aufhalten, aber in Deutschland ist es genauso, wenn sie im Parlament vor allem zwischen die Fraktionen einen Streit auch tut oder dem Parlament selbst mit Mehrheit gegenüber den Ministerien einen Streit auftut, die ja die Akten rausrücken müssen, dann hast du in dem Fall halt einen Schnellsenat, das muss man bei uns halt erst einrichten beim Verfassungsgerichtshof, so wie in Deutschland, der das dann entscheidet. Das ist auch an sich ein schönes, durchgängiges, rechtsstaatliches Prinzip. Damals, also ihr merkt schon, ich strahle das einfach immer nur so ein bisschen ein, das ist damals entstanden wegen dieser geschwärzten Akten. Dieses Teil wird bis heute dazu verwendet, seitens einmal blockierte die ÖVP einmal die SPÖ abwechselnd, warum der EU-Ausschuss nicht ein Minderheitenrecht wird. Das war lange das Argument, als die SPÖ trauen war, das zu blockieren, dass Untersuchungsausschuss Minderheitenrecht wird. Da wäre die ÖVP dafür geworden, wenn die Raten haben gesagt, das machen wir nicht, weil außer im Parlament darf keiner entscheiden. Hätten wir das damals gehabt, wäre es gut gewesen. Es wäre aus ganz einem anderen Grund gut gewesen, weil das, was wir gesehen haben, war natürlich schon desaströs. Die Notenbank hat das aber offensichtlich gewusst, sonst hätten sie die Akten gar nicht gehabt bei der Hypo. Und das geht über ganz banale Versäumnisse, wie, dass nicht einmal die Aufbauorganisationen wirklich funktioniert haben. Die haben keine Stelle zur Geldwäschebeobachtung gehabt, geschweige denn zur Bekämpfung. Ja, nein, nein, das war ja fast ein Geschäftsmodell dort. Die Hypo-Geschichte ist ja eine, die einmal finanz- und banktechnisch so zu betrachten ist, dass die mehr oder weniger Wechselreiterei betrieben haben, aber mit öffentlichem Schwungrad, also wirklich das System Haider. Das Land hat für alles gehaftet, deshalb war ja damals, wie es dann fast pleite gegangen wäre, diese Dramatik, ja 21 Milliarden sind damals ausgestanden als Haftungen, die halt schlimmstenfalls die Republik getroffen hätte, weil Kärnten hätte das nicht ertragen können. Deshalb wurde ja behauptet, dass man die unbedingt notverstaatlichen musste dann, was ich zwar so nicht glaube, eigenes Thema nur, das muss man sich vorstellen. Die Bank, die Bank begibt Anleihen, die kriegt Geld in die Schatulle, die behaftet aber das Land Kärnten und die Hypo-Geschichte aber Kärnten. Und auf die Art und Weise kann ich praktisch selber, ist es eine Gelddruckmaschine, die irgendwann auch heiß gelaufen ist und da haben sie eh alle möglichen bedient. Also vorne ab, durchaus mafiose Netzwerke am Balkan, muss man so sagen, habe ich keinen Scharnierer, es gibt sowas wie die Ostmafia, haben wir in den Bankenuntersuchungsausschüssen immer wieder gesehen und Wien ist ein Umschlagplatz für alle möglichen Aktivitäten, gerade wenn es ums Geld geht. Genauso zum Beispiel wie die illegalen Parteifinanzierungen in Israel. Die haben da relativ strenge Gesetze, das geht traditionell über Wiener Banken, also über unsere. Jetzt haben wir bei dieser Schlafgeschichte auch schön gesehen und bei der Bawag. Also das ist schon der Ring, da drüben ist schon ein Tummelplatz für besondere Vorgänge, auch jetzt europaweit. Und jetzt sage ich immer, ja, ich will ja eh haben, dass unsere Banken dort auch einen Fuß am Boden kriegen. Tun sie ja. Die dürfen sich eh nicht beschweren. Jetzt durch die Finanz- und Wirtschaftskrise sind sie erwischt worden, weil dort natürlich auch einiges ins Rutschen gekommen ist. Aber so weit muss es nicht gehen, dass wir dann sozusagen alle negativen Sachen reimportieren, die es da gibt. Und das Prinzip, dass sozusagen mehr Kultur, Ethos und Wirtschaftsmoral exportiert wird oder was, ja gar nicht greift dort. Das ist ja so weit gegangen, dass zum Beispiel bei den Telekom-Ostgeschäften, die über die Bawag gelaufen sind, also über diese Mafia-Struktur schlafen, dass da sogar in der Umgebung von Wien wirtschaftskriminelle Morde passiert sind. Da nämlich in Österreich. Weil sich das alles da zugetragen hat. Das haben wir erst alles vom Bundeskriminalamt rausgekriegt, weil wir gesehen haben, hoppla, da gibt es eine Spur in die Akten. Was ist da los? Weil da sozusagen durch das Geschäft, das die Bawag finanziert hat, zugunsten des Schlaf und zum Schaden der Gewerkschaftsbank, das Netzwerk Schlaf hat damals viele hunderte Millionen Aufschlag kassiert, indem die drüben in Bulgarien eine mehr oder weniger erstrebenswerte Akquisition gemacht haben, halt so eine Mobilgeschichte und eine Telefongeschichte. Das hat aber der Ost-Mafia gehört, also einen ganzen bestimmten Zweig. Diese Typen, denen das gehört hat, haben schon überall in Europa Einreiseverbot gehabt. In Österreich hat sich die Ferreira Waldner und wie es alle heißt, wir haben einen Akt gehabt, aber bis zum, die hängen ja alle zusammen, ein Glücksspiel, Chef, damals Waldner, mit Schlaf immer eine Partie. Alle haben sich dafür eingesetzt, dass der das erste Mal ein Einreisevisum kriegt und die Staatsbürgerschaft, das muss man sich mal vorstellen, weil der Schlaf nur ganz kurz dort interveniert hat bei denen. Und du hast eine ganze Liste, eine ganze Liste von prominenten Österreichern, die nämlich den Einfluss gehabt haben. Es ist nur deshalb noch passiert, weil sich das Bundeskriminalamt so heftig gewehrt hat im Verfahren und dauernd so die Päschen loslassen hat. Das können wir nicht machen, weil trotzdem hat es bestimmte Verbindungen gegeben, diese Netzwerke sehen ja da in Wien sozusagen sesshaft und bei der Gelegenheit, weil es diesen Streit gegeben hat, wer das jetzt losstoßt und wer das kauft günstig, wo eben der Schlaf dann dazwischen gestanden ist, haben sich die in ihrem Mafia-Bandenkrieg da vor dem Dornwind selber über den Haufen geschossen. Und diese Veraktung, die haben wir nur zufällig entdeckt. Wenn man mal vorstellen, da denke ich mir schon, ist das jetzt ein Kerngeschäft der österreichischen Banken? Wir haben auch da sehr viel entdeckt als Untersuchungsausschuss, denke ich mir. Es ist aber nie zu Ende geuntersucht worden, der Zusammenhang. Die Beamten, die wir da geholt haben, das war für Österreich eher Sensation. Bundeskriminal im Jack Aussagen. Die waren pass erstaunt, was wir da für Zusammenhänge herzaubern und so. Die waren fast ein bisschen verschnupft. Ich meine, ja, aber nur was haben wir. In Deutschland zum Beispiel, wenn da ein paar Sachen rund um den Geheimtisten auflegen oder sonst was, wird alles bis, so gut es geht, bis zu Ende aufgeklärt. Aber fast über den Fraktionswillen hinweg. Da gibt es so einen politischen Deutungsstreit, aber es wird gemacht. Bei uns wird, wenn es, je Hass das wird, desto schneller wird abgetreten. Dafür ist dieses Volksbegehren so wichtig. Der Faden spinnt sich zurück. Die Hypoalpe Adria hat auch Ost-Mafia-Geschäfte gemacht, ist auch ziemlich heftig zugegangen. Auch mit Morden da unten sogar verbunden. Aber um das geht es gar nicht. Es sind einfach die Milliarden unterm Hintern weggedrungen worden, für die wir gehaftet haben. Für Leasinggeschäfte am Balkan, wo du ja am Schädel greifst. Also im Einzelfall kann man da fragen, auch schon allein wegen dem Schmankerlcharakter dieser Sache. Die zweite Sauerei war aber natürlich, dass sie die Kärntner Politiker selber bedient haben. Namentlich jene, die am Schluss dann schon die Bruckenpfahl orange anstreichen haben lassen, weil sie nicht mehr gewusst haben, wo sie mit Geld gehen sollen. Auch kein Scherz. Und so hat das Selbstbedingungssystem halt funktioniert. Und da kam uns die Birnbacher-Geschichte am Schluss so zu Hilfe, weil vorigsweise alles Mögliche aufgegangen. Diesen Untersuchungsausschuss, den aktuellen, haben wir ja auch wieder durchgesetzt, im Herbst 2011, weil bei der Telekom halt was rausgesickert ist. Weil die Gabi Moser jahrelang dort den Finger reingehalten hat. Und wo schon alle dreimal Adrat haben in der Staatsanwaltschaft, ist immer wieder noch was gekommen von uns. Und irgendwann, durch diese Kursmanipulationen und andere Fragen, ist es halt einmal rausgesickert, dass da irgendwas nicht stimmt. Und es hat sich ein Grundsäuge angeboten, wie es eng war. Und der hat dann sechs andere Storys auch dazu erzählt. Weil der Telekom-Skandal, ich weiß ja gar nicht, wer sich da so feinsinnig überhaupt delektieren will an den Dingen oder sich mit Grausen abwendet, der hat ja sechs, sieben verschiedene Stränge. Also völlig verschiedene Ausformungen von dem, von der Sauerei, von der, von der. Aber wenn der schon beim Singen ist, hat er halt mehr erzählt. Der Vier wäre auch einerseits noch eine bessere Grundzeugenregelung aus meiner Sicht, aber auch das, was wir da haben als fünfte Forderung. Ihr seht, es hängt schon alles mit dem Volksbegehren zusammen. Also es klingt alles wirrer, als es in Wahrheit ist. Der Punkt 5, dass jene, die aus dem System heraus pfeifen, die sogenannten Whistleblower für wesentlich besser gestellt werden, als das jetzt denn öfters ist. Gerade auch aus dem Amtsbereich, aber auch aus den Firmenbereichen heraus. Und da, da hat sich eben bei der Kärntner, bei der Kärntner Hypo herausgestellt, dass die die Dürnbacherei, die ja von vornherein erkennbar war, dass da was nicht stimmt. Muss man sich vorstellen, das ohnehin geschobene Geschäft, okay, okay, das ist schon gelaufen gewesen. Wie ist das? Da haben sich zuerst einmal ein paar so bereichert, bei dem Verkauf der Hypoalpe Adria, obwohl es ja hinige Quetschen war, unpackbar eigentlich. Und dann, und dann hat es noch, und dann hat es noch für den ganzen Prozess, haben sich die gedacht, der Haider und so, eh wie es dann aufgekommen ist, genau so nämlich in dem einen Prozess, jetzt wollen wir auch noch einen Schnitt machen, haben irgendeinen mittelmäßig begabten Steuerberater hergenommen, der zufällig der Havarer ist und der Steuerberater vom ÖVP-Obmann und der soll jetzt ein Gutachten machen, das keiner mehr gebraucht hat, weil das ist ja alles schon gelaufen gewesen. Der soll noch ein Gutachten machen zum Prozess, das ist um 12 Millionen Euro und nachher, wie das schon ein bisschen ruchbar geworden ist, haben sie gesagt, nein, halbieren wir es, nur Sechse und dann hat es, wenn man gerade vor Schindienstag wäre, man weiß es jetzt nicht, und die sechs Millionen, nicht die, die gezahlt worden sind, sind dann hochgehoben worden, sondern die, die müssen das Sport haben, weil die Scheichbrüder sind am Ende gelaufen und haben Jubel ausgestoßen, Patriotenrabatt. Das ist ja, man weiß es ja nicht. die Gabi Moser und ich, wenn wir so im Dialog sitzen, haben wir es immer lustig, es ist ein bisschen so wie beim Foschington, mit dem Holub auch. Ein letztes zu Hypalpatria und Holub, das dauert ja schon wieder alles lang. Aber da sieht man schon eine gewisse Schlauheit der Grünen, da muss ich uns loben und sogar mich selbst. Wir haben ja bei dem Abtreten des Untersuchungsausschusses in Wien, also so hängt das immer alles zusammen, und mittlerweile war es ja schon so lange her, dass das 2007er Jahr wieder zurate zu ziehen ist, haben wir noch die Akten, die wir noch so bekommen haben, das ist ja dann alles eingesperrt worden, das hast du ja nicht einmal kopieren dürfen, aber die, die wir wirklich erwischt haben, haben wir den Kärnten zur Verfügung gestellt. Dann ist der erste Untersuchungsausschuss gemacht worden in Kärnten, der ist ja verebbt auch, weil die haben gar keine anderen Akten gekriegt. Die haben nur das gehabt, was wir gehabt haben und das muss man sich vorstellen, die Republik hat dem Kärntner Landtag verweigert dann, weil unser U-Ausschuss war ja schon geschlossen, abgedreht, die Akten, die das Parlament hatte, einem anderen gesetzgebenden und kontrollierenden Organ die Akten überhaupt zu geben. Jetzt hat das der Holop ja nur so gehabt und nicht einmal offiziell. Unfassbar. Und am Schluss alle die langen Nosen und Medien zum Teil mit, habt ihr ja nichts aufgedeckt. Aber, wie bei den Staatsanwaltschaften, und da ist der Holop besonders hartnäckig und zu loben, wie dort die Eingaben immer wieder kommen, sondern hat es sogar einen zweiten U-Ausschuss gegeben in Kärnten, das ist schon mehr rausgekommen. Wir haben unsere Berichte geschrieben, sozusagen, weil die Mehrheit der Ausschuss ja nie was zusammengebracht hat, aber grüne Berichte aufgrund unserer Akten im Nationalrat einen Landesbericht geschrieben und dann ist der Druck schon gestiegen. Und beim Birnbacher war es auch so. Das hat immer zum Himmel gestanden, da hast du aber noch viel verstehen müssen, in Wahrheit. Und erst die zweite Eingabe in Wien hat es gebracht. Wir haben zweimal in Kärnten probiert, die haben das zurückgelegt. Wie da die Zuteilung ist, weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig genau. Jedenfalls mit der Schaffung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist es dann noch mal ins Rollen gekommen, weil die haben sich der Sache dann erst angenommen. Und deshalb ist es noch mal untersucht worden. Und deshalb wäre es so heiß, wenn die Frau eine Justizministerin sagt, und im Übrigen zwischengeschoben, ihr merkt es die Zente, deshalb ist dieses Volksbegehren auch noch so wichtig, weil da noch zum Nachjustieren ist, unabhängige Staatsanwaltschaften. Die Justizministerin dann gesagt hat, regt es euch nicht auf, man sieht ja, wie super die Justiz funktioniert, weil die Justiz hat das ja am Schluss dann gemacht. Ja, wer soll es denn sonst machen? Soll man den Birnbacher eigenhändig vernehmen am Wörtersee oder was? Absurd. Immer wegdruckt und nur durch die Beharrlichkeit überhaupt in die Gänge gekommen. Und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hätte es ohne den opposiziellen Druck auch nie gegeben. Und deshalb geht es ja jetzt auch um die Befähigung und mehr Befähigung dieser wirklich segensreichen Institution als Punkt in diesem Volksbegehren. Aber deppert muss es schon sein. Es richtet sich jetzt auch an den Spindeleger zum Teil noch, weil das geht ja politisch weiter, dass du es überhaupt glauben kannst. Ich hätte immer gesagt, mein Gott, der Martins, wie bin ich enttäuscht, als das rausgekommen ist. Der hat mir doch immer gesagt, dass da nichts dran ist. Aber dass sie denen denken in Wien bei der ÖVP, dass man zuerst zwölf Millionen verlangt, offenkundig für nichts, um dabei zu sein und zweitens und zweitens das alles noch irgendwie bis zum Schluss glauben will. Ich habe ja, der Martins war ja schon ein paar Mal an der Kippe, ich habe ja und so war es ja auch nicht. Ich bin gespannt, wie das noch weitergeht. Ich habe immer geglaubt, dann lassen Sie das weiterleben, weil er selber genug über die ÖVP sonst weiß, was der Teufel noch. Kann ich nichts dazu sagen jetzt. Aber das denen abnehmen zu wollen, das ist doch völlig absurd. Also da können Sie eine Ethikkommission, die Sie eingerichtet haben, durchgehend beschäftigen. Das sind nicht akzeptable Vorgänge und Aussagen. Aber immer wieder, man sieht, die Hartnäckigkeit hat es gebracht. Und die Forderungen des Volksbegehrens muss ich jetzt dann da nicht mehr erweitern. Neustarten ist wichtig, da können wir noch was, da können wir noch was, da können wir noch ein paar Sachen in dem Kontext auf die Reise bringen. und letztendlich für die Diskussion und für den Ausblick, wir haben beim Eurofighter noch was zu tun, habe ich ja gesagt, und bei den Banken und bei diesem Spekulationsverbot, wo sogar die öffentlichen Hände mit drinnen hängen, was wir jetzt von Salzburg bis Niederösterreich haben, ist auch noch einiges zu tun. Bei den Banken geht es jetzt ein bisschen ins ökonomische, das Sechs-Milliarden-Loch, das wir hier ja haben, das werden wir nicht mehr kriegen. Also wir haben viel mehr Kapital, öffentliches Kapital in den Banken drinnen, aufgrund dieser Finanz- und Wirtschaftskrise, sage ich, es soll einmal sein, aber wieso, wieso man die Hyparlpe Adria dann, wie es die Bayern schon gehabt haben, Notverstaatlichen hat müssen, also wo die Bayern gekommen sind und das den Finanzminister damals Brödel wieder angehängt haben und uns allen, ist schon nach wie vor aufklärensbedürftig. Und da braucht es einen U-Ausschuss oder wenigstens den Rechnungs-U-Ausschuss, wo ich das jetzt eh drin habe, mit der ganz klaren Schicht und Fragestellung, wie erpressbar und warum war die Republik? Bayern hätte sich das nicht leisten können als Bank des Freistaats, die einfach krochen gehen zu lassen. Das ist ein Image-Schaden für den Wirtschaftsstandort und dergleichen. Wieso haben unten uns die Kärntner zuerst erwischt, bald hat ja blödes Wort gesagt, dann die Bayern und in der Mitte eine völlig hilflose Bundesrepublik Österreich. Da stimmt doch was nicht. Wer ist da womit erpressbar und das Ding kostet uns mittlerweile, das ist unwiederbringlich weg. 2,5 bis 3 Milliarden und das ist nur das Ende. Nur die Hypo. Kommunalkredit, ein ähnlicher Vorgang. Die haben einen Riesenschwungrad auf Zypern gedreht, hübsches Stichwort für die Diskussion. Und die Frage ist, ob das notwendig gewesen wäre, dass wir die über Nacht notverstaatlichen. Sicherlich, es wäre aber, da waren die Volksbanken noch Miteigentümer, hätte es einen Raschler geben. Aber, das ist im Übrigen die letzte Bank, wo wir dann noch eine zahlen haben müssen und das Geld noch zurückkriegen. Auch das ist interessant. Hätten wir das Bankeninsolvenzrecht, worauf wir schon längst drängen, hätten wir uns das meiste von denen, weil das sind die aufsummierten 6 Milliarden sparen können. Das gehört jetzt alles untersucht, damit das künftig besser wird. Und die, alles, genau, nein, die Pause kommt nach diesem, weil ihr habt es mich noch daran erinnert, dass wir auch neben alles aufklären und alles neu starten einen Teil 2 haben, alles zurückzahlen. Und das geht jetzt ganz geschwind. Es gibt Bestrebungen, die Bankenabgaben und alle Zahlungen des Finanzsektors, die wir unter anderem dann Gott sei Dank durchgesetzt haben aufgrund des Drucks der Öffentlichkeit, dass die nicht so mit uns umsprengen können, dass das abgeschafft werden soll und wir sagen, bevor diese Löcher nicht gestopft sind, gehört die Bankenabgabe unbedingt aufrechterhalten. Immerhin ein kleiner Erfolg nach der Wirtschaftskrise. Nichts da ÖVP abdrehen, bis diese Löcher gestopft sind. Und dann haben wir hoffentlich eh die Finanztransaktionssteuer. Also selbst so hängen große, große Finanzfragen mit ganz kleinteiligen Aufklärungsarbeiten zusammen. Aber ich halte es auch dort für einen politischen und wirtschaftspolitischen Skandal, was passiert ist, der einer Aufklärung hart. Weil immer nur dann ist ein Neustart möglich. Dieses ist das Motto dieses etwas so kurz geratenen Vortrags für das, was es zu sagen gibt und ein bisschen zu lang für das, was die Vorgabe war. Aber dieses ist unser Schicksal. Aber nachdem das ja meine Gabe ist, den Abend zu verlängern, sage ich euch das jetzt. Das war im 2006er Jahr. Da haben wir ja schon, nur damals noch nicht so bekannt, einzelne von uns haben es ja ahnt, waren dahinter, nicht? Wie wir halt immer probiert haben zu arbeiten, was ich den ganzen Abend hatte. Passiert diese Bawack-Geschicht? Was ist passiert? Der Schüssel voran, wie eine Wildwestseine, wie irgendwer jagt Billy the Kid. So sind sie einmarschiert. Mit einem Sparbüchel in der Hand, in die Bawack, das waren es der perversesten Vorgänge in der Republik, scheinheilig bis oben, was ja Kernkompetenz der ÖVP ist, der Wunder, dass bei der Tier überhaupt reingekommen und eröffnen ein Sparbuch bei der Bawack. Die totale Übernahme, die totale Demütigung. Alles, was einmal öd und arsch ist. Was sind sie, die Gefraste? Kühlschrank. Und diese Kühlschrankhaltung ist ihnen dann am Schädel gefallen, weil sie so selbstsicher waren. Ich meine, wenn du genau nachdenkst, die verstrangen hat es ja bis heute nicht, wieso die das dann noch verloren haben. Und das war genau das, dass sie glaubt haben, damit haben sie es gewonnen. Und das ist alles angestritten worden. Pflegenotstand, was rettet sie da? Und so weiter. Und insofern ist sie immer dankbar, wenn die ÖVP übermütig wird. Weil wenn sie nur das tut, wozu sie eigentlich da ist, nämlich möglichst viel Macht erhalten. Das Phänomen ist ja, dass die mindestens so viel Macht aufrechterhalten, je mehr Stimmen sie verlieren. Das können sie. Und wenn sie da ein bisschen übermütig werden, dabei ist es gar nicht so deppert, wie man sieht, weil dann rutschen sie leichter aus. weil es da ist ja, wie die König, Und so, Untertitelung des ZDF, 2020